Herzlich willkommen in unserer Wohnung in Bamberg. Ich heiße Lisa Komnick, bin 30 Jahre alt und bin hauptberuflich Architektin. Letztes Jahr habe ich zusammen mit meinem Partner, den Simon, die Bunda Hund Apartments gegründet. Seitdem konnten wir zwei Ferienwohnungen erfolgreich aufbauen. Heute sind wir in unserer Wohnung in Bamberg und die würde ich euch jetzt gerne mal zeigen. Dann starten wir in der Küche. Die Küche konnten wir zum Glück vom Vermieter übernehmen. Da waren wir auch sehr glücklich drüber, dass sie jetzt hier natürlich so eine Luxusküche ist. Und es ist ja nicht Standard in Ferienwohnungen, so eine Küche zu haben. Die ist natürlich mit allen wichtigen Sachen ausgestattet, die man jetzt zum Kochen bräuchte. Sind auch ganz froh darüber, dass wir eine Spülmaschine schon haben. Ist natürlich ein Vorteil für unsere Feriengäste, wenn die nicht mit der Hand aufspülen müssen und hier diese Spülmaschine haben. Wir haben ja hier die größte Brauereidichte in Bamberg und dann kann man hier das ein oder andere Bier noch verkosten. Mein persönliches Highlight in der Küche ist auf jeden Fall der Ofen, dass der eben auf dieser Höhe ist. Man muss sich nicht bücken. Das ist einfach super praktisch zum Kochen und Backen. Dann haben wir noch eine Kaffeemaschine. Haben uns bewusst für Filterkaffee entschieden aus dem ökologischen Aspekt, dass hier nicht dieser Kapselmüll anfällt. So, jetzt würde ich euch gerne noch unser Bad zeigen. Das ist ziemlich groß, aber das ist auch gut so. Wir können bis zu sechs Feriengäste hier beherbergen. Von daher ist es auf jeden Fall von Vorteil, dass wir zwei Waschbecken haben. Einen großen Spiegel mit einer Ablagefläche, dass die Gäste ihre Produkte eben alle unterbringen können. Jeder Gast bekommt von uns ein großes und ein kleines Handtuch. Das Highlight im Bad ist die Badewanne. Hier kann man nach einem anstrengenden Tag sich nochmal entspannen. Da stellen wir natürlich unseren Gästen auch Badeschaum zur Verfügung. Wenn es dem Gast nicht nach Baden sein sollte, kann er natürlich auch in unserer großen Dusche duschen. Das separate WC hat natürlich den Vorteil, wenn hier mehrere Gäste in der Ferienwohnung sind, dass man einfach ungestört duschen kann, die Toilette benutzen. Und dann würde ich euch jetzt einfach mal das erste Schlafzimmer zeigen. Und hier sieht man jetzt wahrscheinlich auch, warum wir uns bunter Hundapartments nennen, weil wir eben gerne mit verschiedenen Farben arbeiten. Wir mögen es quasi bunt. Und ein weiteres Highlight in den Zimmern sind deswegen auch diese bunten LED-Beleuchtungen. Jeder Raum hat quasi diese LED-Lampe. Und die Gäste können dann quasi mithilfe der Fernbedienung alle möglichen Farben einstellen, die sie wollen. Was wir unseren Gästen zusätzlich zu den bunten LED-Lampen anbieten wollen, waren Leselampen. Allgemein bei den Produkten haben wir eben darauf geachtet, dass die regional sind. Die Materialien kommen eigentlich alle aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. Sind quasi hier für Babys ganz gut ausgestattet. Thema Arbeitsplätze haben wir auch mit Hendrik besprochen. Und hier hat er uns aber empfohlen, dass wir erst mal weniger zur Verfügung stellen sollen. Eigentlich nur die Basics, eine Lampe und einen Bürostuhl, weil die meisten Geschäftsreisenden ihre Ausstattung eben selbst mitbringen. Dann nochmal als Kontrast eben zu diesem Rot und Grau haben wir nochmal diese neongelben Elemente. Einmal beim Schreibtisch und hier nochmal bei der Garderobe. Wir haben auch zusätzlichen Stauraum da nochmal für Kleidung. Da gibt es zwei Schubfächer. Und falls die Gäste eben abends dann noch vorm Schlafen gehen Fernsehen sehen wollen, ist es natürlich in unserer Unterkunft auch gegeben. So, das ist unser zweites Schlafzimmer. Ist eigentlich eins zu eins aufgebaut wie das erste Schlafzimmer. Der Raum ist im Allgemeinen ein bisschen größer. Wir haben hier auch wieder den Arbeitsplatz, den wir quasi in jedem Schlafzimmer für die Gäste anbieten. Und zusätzlich in diesem Raum haben wir eben einmal noch diesen Schaukelstuhl, in dem man dann nochmal eine Möglichkeit hat, sich zu entspannen. So, jetzt würde ich euch gerne noch den letzten Raum zeigen. Hier haben wir uns so eine Kombilösung überlegt. Es gibt eben einmal einen großen Esstisch für sechs Gäste und der ist quasi mit einem Raumtrenner abgetrennt zu dem hinteren Bereich. Ein Tipp, den wir aus dem Coaching auch befolgt haben, ist auf jeden Fall die Bereitstellung von Öl, Essig, Salz und Pfeffer. Um ein bisschen Abwechslung reinzubringen, haben wir uns hier nochmal ein anderes Farbkonzept überlegt. Und zwar ist hier alles eher grün-beige gehalten. Wir haben wieder verschiedene Lichtquellen, die der Gast selbst steuern kann. Im hinteren Bereich ist eben das dritte Doppelbett. Wir haben wieder den Arbeitsplatz für unsere Gäste. Und vom Bett aus kann man dann quasi direkt nach draußen in die Innenstadt von Bamberg schauen. Und dann gibt es hier als Besonderheit in dem Raum nochmal diesen Erker, von dem man dann quasi direkt in die Stadt schauen kann. Hier kann man dann abends quasi nochmal bei einem Glas Wein den Tag Revue passieren lassen. Als weitere Ecke, die wir für diesen Raum eben eingerichtet haben, gibt es diese kleine Entspannungs-Ecke. Da haben wir uns jetzt eben hier für einen Sitzsack entschieden. Und was wir natürlich auch immer gerne machen, ist die Bereitstellung von verschiedenen Infomaterialien. Weil wir eben hauptsächlich Touristen beherbergen. Und dann ist es natürlich ganz schön, wenn sie nochmal in das ein oder andere Buch schauen können. Und sich hier dabei in dem Sitzsack entspannen. Unsere Wohnung ist insgesamt 120 Quadratmeter groß. Wir beherbergen hier bis zu sechs erwachsene Gäste plus ein Baby. Unsere Auslastung liegt ungefähr bei 70 Prozent. Und wir sind auf den Portalen wie Booking und Airbnb zu finden. Konnten aber jetzt auch schon die Erfahrung in Bamberg machen, dass viele über die Website buchen. Die Gäste bezahlen bei uns pro Nacht zwischen 300 und 400 Euro. Und so kommen wir dann auf einen Umsatz von ca. 7000 Euro im Monat. Wir sind natürlich froh, dass wir die Wohnung jetzt hier so an den Start bringen konnten in Bamberg. Wir haben viele Tipps von B&B Pro Hosting umgesetzt und freuen uns jetzt auch, wenn wir im Sommer die nächsten Wohnungen eröffnen können. Ich weiß jetzt, dass ich mit zwei Ferienwohnungen mehr verdienen kann, wie in meinem Hauptjob als Informatiker. Und dass ich eben dementsprechend auch irgendwann auf Teilzeit gehen kann und gleichzeitig eben finanziell durch die Hilfe von B&B Pro Hosting keinerlei Einbußen haben werde. Und dementsprechend meine Zukunft auch deutlich freier gestalten kann. Ich bin der Simon Göring. Ich bin 28 Jahre alt, hauptberuflich Informatiker bei einer großen Versicherung. Und wir betreiben zwei Ferienimmobilien in Bamberg und Rotenburg über das Arbitragemodell. Und heute sind wir hier in Bamberg. Das Besondere daran, Gastgeber zu sein, finde ich, ist vor allem der Kundenkontakt mit Gästen. Du siehst, wie Familien ihren Urlaub planen. Die kommen her, die geben dir ein gutes Feedback, wenn sie einen schönen Urlaub hatten, fragen dich, wo sie hinkönnen. Das gefällt mir eigentlich am Gastgeber sein am besten. Das Arbitrage-Geschäftsmodell in der Kurzzeitvermietung habe ich ausgewählt, weil ich nebenbei ein bisschen Geld verdienen wollte und gleichzeitig mich sehr für Immobilien interessiere. Da ich aber durch meine jungen Jahre noch sehr limitiert im Eigenkapital bin, konnte ich jetzt nicht einfach neue Immobilien weiterhin kaufen. Da sagt die Bank leider nein. Und da kam dann eben das Arbitragemodell mit der Anmietung von Immobilien ganz recht. Und ja, so konnte ich meinen Horizont erweitern. Nicht eben nur die Standard-Langzeitvermietung, sondern eben auch jetzt die Kurzzeitvermietung ein bisschen einschnuppern. Und das gefällt mir sehr gut. Mich fasziniert sehr an der Kurzzeitvermietung und diesem Airbnb-Business, dass man relativ gut wachsen kann. Das heißt, ich bin in meinem Eigenkapital klar ein bisschen begrenzt, was die Einrichtung angeht. Aber durch den stetigen Cashflow, den man hat und je mehr Wohnungen man bekommt, fällt es auch immer leichter, neue Wohnungen aufzubauen. Gleichzeitig macht es einfach sehr viel Spaß, von Gästen zu hören, hey, wir hatten einen super Aufenthalt, wir würden gerne wiederkommen. Ich habe relativ schnell gemerkt, dass ich beim Thema Kurzzeitvermietung Hilfe benötige. Einfach, weil ich mit meinem vorherigen Background über die Langzeitvermietung keinerlei Erfahrungen mit der Kurzzeitvermietung hatte. Und dann über die ganzen Videos, die ich zum Beispiel von Hendrik Kuhlmann angeschaut habe, gemerkt habe, okay, da kommen immer mehr Themen dazu. Und es macht eigentlich, zumindest für mich, jetzt keinen Sinn, die erste Wohnung einzurichten und aufzubauen, wenn ich doch so viele Themen wirklich überhaupt nicht auf dem Schirm habe und nicht weiß, wie ich da weitermachen soll. Ich glaube, wenn ich mir das Wissen selbst angeeignet hätte, dann wäre ich jetzt noch nicht bei zwei Immobilien. Ich glaube, ich hätte eventuell bei der ersten Immobilie abgebrochen, wäre gescheitert. Einfach, weil der Workload wahrscheinlich zu groß gewesen wäre, über die ganzen einzelnen Themen sich selber einlesen. Du bekommst keinen Fahrplan, wie du Sachen am besten aufbaust, wie du in die Automatisierung rein startest. Zu B&B Pro Hosting bin ich über Umwege gekommen. Ich habe meine Reise der Kurzzeitvermietung natürlich mit Social Media gestartet, habe Videos von Hendrik und anderen Anbietern gesehen und habe mich dann auch erst für einen anderen Anbieter entschieden. Habe meine erste Wohnung mit diesem Anbieter an den Start gebracht und dann aber relativ schnell gemerkt, okay, mir fehlt die Tiefe der Informationen ein bisschen. Und die konnte mir dann eben B&B Pro Hosting bieten. Deswegen habe ich mich im zweiten Schritt mit meiner Partnerin zusammen dann dafür entschieden, nochmal das Geld für ein zweites Coaching zu investieren und so bin ich zu B&B Pro Hosting gekommen. Vor der Zusammenarbeit mit B&B Pro Hosting gab es einen Onboarding-Termin bzw. einen Beratungstermin mit einem Experten. Da ging es mir vor allem erstmal darum zu sagen, hey, ich habe hier schon eine Immobilie. Ich weiß nicht, ob diese Ferienwohnung gut aufgestellt ist, von den Zahlen her auf jeden Fall. Aber was könnte man denn noch verbessern? Was machen wir vielleicht falsch aktuell? Ja, der Experte konnte mir relativ viele Tipps geben. Wir sind mein Inserat durchgegangen, haben geschaut, okay, welche Einstellungen sollte ich vielleicht besser machen? Das hat mir eben gezeigt, dass da wirklich Know-how hinter steht und dass ich dann eben auch dort gerne nochmal die Zusammenarbeit starte. Der besondere Aha-Moment kam in der Zusammenarbeit mit B&B Pro Hosting gleich beim Onboarding. Ich habe in der Learning-Plattform gemerkt, okay, hey, die haben eine Suchfunktion hier eingebaut, die sogar die Videos sprachlich analysiert nach meinem Suchwort und mir dann eben gleich auch die Videoabschnitte präsentiert, in denen es um das Suchwort geht, was natürlich die Informationsmasse ein bisschen eingrenzt und mir die Suche deutlich erleichtert, wenn es wirklich um ein konkretes Thema geht. Und der zweite Aha-Moment kam dann bei der WhatsApp-Gruppe, die wir haben mit Hendrik. Er hat innerhalb von einer halben Stunde geantwortet, obwohl er gerade in Amerika unterwegs war. Also dachte ich mir, okay, wow, da steht Kundenzufriedenheit wirklich an hoher Stelle. Von der ersten Besichtigung der Wohnung bis zu den ersten Gästen hat es ungefähr drei Monate gedauert. Ich denke mal, der Zeitraum war allerdings relativ lang, weil wir einfach mit einem Schreiner zusammengearbeitet haben, der die Möbel wirklich nach einer Maßanfertigung von uns in unserer eigenen Planung gebaut hat. Und dadurch hat sich, denke ich mal, der Zeitraum auf drei Monate dann gestreckt, obwohl es eigentlich hätte schneller gehen können. Bedenken bezüglich der Zusammenarbeit mit B&B Pro Hosting hatte ich am Anfang bei der Höhe des Investments fürs Consulting. Diese Bedenken haben sich aber relativ schnell in Luft aufgelöst, nachdem ich wirklich die Masse an Informationen auf der Learning-Plattform gesehen habe und eben auch durch die sehr gute persönliche Betreuung, die B&B Pro Hosting eben seinen Kunden bietet. Aktuell verdienen wir mit der Ferienwohnung hier, so wie sie frisch an den Start gegangen ist, 4.000 Euro im Monat, wobei wir allerdings fest davon ausgehen, dass wir vor allem auch durch die Hilfe von B&B Pro Hosting auch 7.000 oder 8.000 Euro hier verdienen werden. In Zukunft sind auch noch drei weitere Wohnungen in Bamberg geplant, die jetzt wahrscheinlich im Sommer an den Start gehen werden und unser Nebeneinkommen dann nochmal deutlich erhöhen werden. Ich habe sehr gute Erfahrungen mit der Kurzzeitvermietung bisher gemacht und dementsprechend natürlich auch meinen Freunden schon davon erzählt. Und der erste Tipp, den ich meinen Freunden gegeben habe, war, sucht euch ein Coaching raus, was Hand und Fuß hat und das ist einfach B&B Pro Hosting.